Boah, es macht überhaupt keinen Spaß gegen Bastian Dobe zu spielen. Warum? Genau deshalb. Beim Anspielen des neuen NBA 2K 2012 stellte sich heraus, Dorit, ein Zocker, übelster Arzt. Oh Mann, such dir ein Hobby, du Nerd. Da kann man schon mal stinkig werden, wenn der Gart der Bayern Basketballer ein Nachstrich und Faden verseilt. 38 Punkte Unterschied am Ende. Wobei, Dorit hatte sein eigenes Joypad dabei, als Glücksbringer, wie er sagt. Wie weit da nicht beschissbar war, das prüfen wir noch. Aber vielleicht war ich auch einfach nicht die krasseste Herausforderung. Warum macht er das nicht, was ich ihm sage? Vielleicht ist der 21-jährige Dorit auch einfach nur gut im Training, also im Virtuellen. Also in der Freizeit zwischen den Trainingseinheiten zur Entspannung zocke ich mal eine Runde. Aber es hat jetzt auch keine überdimensionale Größe, würde ich mal sagen. Also so ein, zwei Stunden am Tag, länger zocke ich auch nicht. Klar, das heißt schon viel. Mit dem gleichen Einsatz würde man halt nach einem Jahr fließend zu Aheli sprechen oder Wettkampf-Klarinette beherrschen oder was auch immer. Braucht man jetzt auch nicht unbedingt. Bei aller Passion für Ballgames. Dorit, kein stupider Zocker, dem es um Grafik und viel Tam-Tam geht. Eher ein Basketball-Nostalgiker. Einer, der um die Geschichte des Spiels weiß und sie schätzt. Ich spiele eigentlich eher so mit den kleineren Teams, auch die so ein bisschen Style und Geschichte haben, jetzt gerade New York oder Boston. Da sind einfach die Jerseys schon cool aus, die Highlands sind legendär und das sind eher so meine Kriterien. Während des Spiels, Dorit konzentriert, wie bei einer Operation am offenen Herzen. Egal ob selbst auf dem Platz oder an der Konsole, Dorits Leidenschaft für Basketball, für das Spielen an sich, ist ihm anzumerken. So ein bisschen sich dieses Kindliche bewahren, so ein bisschen ist auch wichtig dann nicht nur für das Spiel, sondern auch vielleicht für deinen Beruf. Ja, ich glaube, wir Basketballer sind ja tief innen noch immer ein bisschen Kind geblieben. Also vor allem auch, ich zocke oft mit dem Darius zusammen, der ist dann noch mehr Kind wie ich, glaube ich. Und das gehört auf jeden Fall dazu. Dorit, ja derzeit verletzt, musste sich vor Wochen einer Knieoperation unterziehen und befindet sich auf dem Weg der Besserung. Ich gönne dir so viel NBA 2K12 wie möglich, dass du irgendwie zocken kannst, aber es wäre natürlich auch schön, dich auf dem Court zu sehen. Wann ist es denn wieder so weit? Also mein Ziel ist es, noch im Januar, spätestens Februar, wieder spielen zu können. Ich denke, das Januar ist ein sehr ehrgeiziges Ziel, aber ich setze mir da sehr hohe Ziele und arbeite jeden Tag daran, wieder zurückzukommen und ich denke, man kann auf jeden Fall Anfang dem neuen Jahr mit mir retten. Und so lange kann man ja noch ein bisschen an der Konsole üben. So ist es. Dann machen wir das doch einfach mal. Es wird wirklich Zeit, dass er wieder auf dem Platz steht und weniger daddelt, weil Computerspielen mit Bastian Dorit macht überhaupt keinen Spaß. Das ist ja nicht wahr, oder? 26, 50? Er hat auch nicht noch zu viel gemacht. Das ist so bitter. Und für alle, die jetzt heiß auf Basketball sind, NBA 2K212 ab sofort im Handel. Das ist ja nicht so 2003, NBA 2K21 in Anybody. Und • Saben auch nicht vielleicht nur früh irgendwo hin. Ansonsten vorher sieht, was Fahrrad, r 빨ִ au Ёg... von Saben, Skylar, auf den Jungen hotel einer Applaufen.